Hallo! Jeder kennt sie, die Hauskatze. Mal schmiegt sie sich an einen und leckt einem über die Haut, mal fährt sie ihre Krallen aus und kratzt. Weißt du, wohin die Krallen verschwinden, wenn sie nicht ausgefahren sind? Warum ist die Zunge von Katzen eigentlich so rau? Und warum sehen Katzen so gut in der Nacht? Antworten auf diese Fragen bekommst du in diesem Video. Wenn eine Katze eine Maus fangen will, schleicht sie sich ganz vorsichtig an. Dabei macht sie sich flach und ihre Schritte sind nicht zu hören. Wenn sie nahe genug ist, macht sie einen Satz auf die Maus zu. Die Krallen werden ausgefahren und halten die Maus gemeinsam mit den Fangzähnen fest. Mit einem Genickbiss wird das Opfer getötet. Die Katze ist... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com und zwar auf www.sofatutor.com ... Dich Vielen Dank.